Der SV Stauf ist seit Montag dieser Woche offiziell ein DFB-Stützpunkt. Zusammen mit dem ASV Neumarkt ist der Verein offizieller Partner des Deutschen Fußballbundes bei der Förderung von Nachwuchstalenten. Jeden Montagabend treffen sich vielversprechende Ballsportler aus der Region am SV-Gelände und werden von DFB-Trainern trainiert und begutachtet. Über ganz Deutschland verteilt gibt es 365 DFB-Stützpunkte. Wir haben hier klare Vereinszuordnungen, welcher Verein zu welchem Stützpunkt zugeordnet ist. Mit dem Ziel, einerseits alle talentierten Spielerinnen und Spieler zu finden im Altersbereich von der U12 bis zur U15. Andererseits eben genauso gewährleisten zu können, dass kein Kind einen besonders langen und weiten Fahrtweg hat, sondern eben möglichst heimatnah gefördert wird. Am Freitag letzter Woche begann in der Hauptstelle der Raiffeisenbank Neumarkt die Einzelausstellung Unter der Sonne von Brigitte Simbeck. Die Künstlerin aus Postbauerhäng lässt sich für ihre Acrylkunstwerke oft von Naturschauspielen inspirieren. Neben ihrer Tätigkeit im Bereich Malerei ist Simbeck auch regelmäßig als Darstellerin bei den Schlossspielen aktiv. Die Ausstellung kann noch bis zum 9. Oktober zu den regulären Öffnungszeiten der Bank besichtigt werden.